Warum sind wir hier? Wollte dich was fragen. Ist dieser Becher aus expandiertem Polystyrol? Denn wenn dieser Becher aus expandiertem Polystyrol wäre, dann wäre er ab 2021 verboten. Okay, und wenn er jetzt nicht aus expandiertem Dingsbums ist? Das wäre blöd, denn der und seine Kumpels liegen hier überall rum. Ja, im Stadion gibt es eigentlich Mehrwegbecher, aber davor wohl eher nicht. Und es gibt noch genug Bundesliga-Vereine, die dem durstenden Fan im Stadion einfach einen Einwegbecher in die Hand drücken. Für einmal mit den Lippen drin Lippen. Schalke, Dresden, Darmstadt, überall verteilen die Einweg. Und von ganzen Unterklasschen liegen ganz zu schweigen. Wisst ihr, was da jedes Wochenende an Mühe rumkommt? Da stellt sich doch erst die Grundfrage, oder? Warum? 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 Entschuldigung Dress Wenn Vielen Dank.